So, herzlich willkommen zu einem kleinen Special Let's Play und da redet der mir auch schon mal Fett dazwischen hier. Wir spielen heute Terra, wir sind beim dritten Testwochenende und wir haben es dann endlich mal geschafft das zum Laufen zu bringen. Mein Co-Moderator Till ist heute leider nicht mit dabei. Ja, es hat sich einfach nicht gelohnt für die kurze Zeit. Ich hau die Folgen jetzt hier auch hoffentlich relativ schnell mal raus. Mal sehen wie weit ich noch komme. Und hier sehen wir auch schon, dass sich hier irgendwie zwei Leute ineinander verlieben, in irgendeine Traumwelt stürzen und alles ist Chaos, Dunkel, Tod, Verderben und wir müssen den ganzen Spaß mal wieder retten, kennt man ja alles schon irgendwie. Das Spiel ist derzeit noch in der Beta und ja, wie gesagt, es ist das dritte Testwochenende, das heißt, ich habe den Beta-Key von der PC Games, die haben den da mal irgendwie rausgehauen letzte Woche. Und deswegen habe ich mir das Spiel mal gedownloadet, das hat ziemlich lange gedauert, weil dieses Download-Raten immer wieder eingebrochen sind, das war irgendwie nicht so witzig. Und es hat bis gestern Nacht gedauert, sodass wir heute dann erst aufnehmen können, oder ich. So, wir haben uns hier gestern Nacht spaßeshalber nochmal schnell einen erstellt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Es funktioniert auch alles und wir, würde ich sagen, erstellen uns einfach mal schnell einen neuen Charakter. Ja, schick sieht es ja schon mal aus, ne. Und, ja, was gibt es zu sagen, so viel weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß bloß, dass es ein MMORPG ist, ist ja ganz logisch, hat monatliche Kosten. Allerdings ist es nicht so nach der Würfeltaktik, so mit Klicken und Skill und bla, sondern man kann hier wirklich selber draufhauen. Das werden wir aber auch gleich sehen. So, wir haben hier die verschiedenen Klassen, einmal ganz standardmäßig Mensch, Mann, Frau, Kastanik, irgendwie so zwei Dämonen-Typen, Ammann, irgendwelche Steintypen. Da gibt es mittlerweile auch die Frau als Klasse, ich glaube, die gab es letztes Mal noch nicht. Die Popuri, irgendwelche Hamster-Panda-Viecher für die Frauen. Dann für die Pädophilen haben wir hier einmal die kleinen Kinder. Dann Baraka, haben wir hier irgendwelche, ja, Steinmenschen. Und natürlich ganz klassisch vertreten die Hochelfen. Wir sind mal heute so 0815 und nehmen eine Frau bei den Menschen. Das macht immer Spaß. Klicken hier auf Klasse wählen. So, was haben wir hier? Wie Sie sehen, haben wir nichts. So, wir haben hier einmal die Kriegerin, einmal mit fetten Schwertern, dann geht es natürlich fett weiter mit einer Lanze. Die ist so groß, die passt schon gar nicht mehr auf den Bildschirm und ich spiele schon mit einem 26 Zoller. Okay, dann noch eine Zerstörerin, die kann ihr Schwert irgendwie, nehmen die Bekleidung hier nach und nach ab, wenn man sich den Spaß mal so anguckt. Okay, dann die Berserkerin mit einer fetten Lanze, ne, Axt. Dann die Zauberin, die hat irgendwie ihre Hose vergessen. Dann haben wir hier eine Bogenschützin, die hat kaputte Sachen an. Und eine Priesterin, ja, schicker Hosenanzug, ne. Und die Mystikerin, die hat auch irgendwie keine Hose an. Und ich würde sagen, ich habe mir vorhin schon mal die Zerstörerin so ein bisschen ausgeguckt. Ja, warum? Okay, dann. Voreinstellungen, da kann man jetzt hier natürlich hoch und runter zoomen, ne. Gut, das Gesicht. So, was haben wir denn hier? Zack, zack. Ich glaube, ich hatte hier vorhin schon mal die Voreinstellung, die sah ganz gut aus. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht weiter von Bedeutung. Man kann hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten wählen, wie die Haare. Ich möchte mich jetzt hier ehrlich gesagt Hauttyp, ach ne, Haarfarbe, ehrlich gesagt nicht so lange drinnen aufhalten. Ist ja eh nur ein Testwochenende. Und der Klasseneditor ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Zum Gesicht kann man hier noch, irgendwo gab es hier erweiterte Optionen. Ach, die kommen später nochmal. Ne, ich habe keine Ahnung. Also Gesicht kann man hier noch, verschiedene Hauttöne, bla und so weiter, Make-up, Schieß-mich-tot. Was man alles hier machen kann, Details, Mund, Nase, Augen, Ohren. Wie beim Ohrenhals, Nasen-Ohren-Arzt kann man hier alles verändern. Dann bekommt man einen kleinen Überblick über die Klamotten, die man später anhaben wird. Sexy Spinnenkostüm für Halloween, ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt hier einfach auf Name bearbeiten, nennen uns einfach mal ganz frech Streamline, auch wenn dieser Name überhaupt nicht zu einer Frau passt. Und klicken auf Fertigstellen. Und los geht der Spaß. Hoffe ich. Na bitte. Und wir klicken auf Spielen und wir gucken, wie es losgeht. Also man muss sagen, achso, okay, hier wird uns kurz die Steuerung erklärt. Die Kasten kann ich mit der Erde nicht merken, also ist das hinfällig. Ja, relativ schön gestaltet ist ja das schon mal ganzes, aber es ist halt ganz klar, es erinnert natürlich an die Asiaspiele. Ich meine, wer drauf steht, für den ist das natürlich sehr toll. Ansonsten, die haben die Grafik schon so ein bisschen mitteleuropäisch angepasst. Also ich denke mal, man kann damit leben und, ähm, ja mein Gott. Ähm, ja, ist halt so. Nö. Was soll man dazu noch sagen? Gut. Ähm. Ja. Was passiert? 100 Prozent. Los geht's. Ich glaube, jetzt kommt erstmal eine kurze Zwischensequenz. Jawohl. Und es geht schon mal in luftige Höhen hinaus. Wir reiten auf irgendwelchen wirklich homoerotischen Pferden. Und die sehen wirklich alle sehr gefährlich aus. Da sind wir auch schon. Vielleicht kriegen wir später im Spielverlauf auch noch ein Pferd, aber ich denke mal, dazu wird's heute nicht mehr kommen. Also bis 0 Uhr läuft die Testphase noch. Sonntag heute 0 Uhr ist es dann vorbei. Und, äh, dann war's das auch erstmal. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir noch irgendwie was abstauben in den nächsten Wochen, damit wir noch so einen Key kriegen. Und dann müssen wir einfach mal gucken, weil wir haben's ja dann gedownloadet schon. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal auf der Platte lassen. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch mehr kommt. Ansonsten geht's natürlich hier auf dem Channel weiter mit The Witcher. Oder World of Goon. Ja gut, das ist jetzt hier eigentlich nur ein Geplänkel. Weil, ich meine, man kann's auch übertreiben mit Regenbogen, oder? Und Pferden und bunt und, na gut. Steh ich total auf. Unser Schwert ist so groß, das ist schon cool. Okay, komm mal. Ja, hi, komm zu mir. Okay, auf geht's. Ich hoffe, unser Fray... Ach, du Scheiße. Gut, ne, doch, läuft noch halbwegs stabil. Ich hab grad mal geguckt nach der Framerate. Äh, ja, hi, anquatschen. Ich hab übrigens grad kein Headset auf, also ich hoffe, die Rückkopplung von dem Sound ist nicht so groß. Ich hatte keine Lust, das jetzt noch alles fertig zu machen, weil das ist irgendwo anders. Das Headset hätte ich jetzt erst suchen müssen. Nicht in der Morgendämmerung, bla bla bla. Seid willkommen. Das sieht doch gut aus. Annehmen. Und ich nehme an... Und ich nehme an... Oh ja, okay. Also, Maustastatur. Und das finde ich sehr gut, weil man mit der linken Taste und der rechten Taste kann man hier wirklich zuschlagen. Das heißt, man hat keine eigenen... Also, keine Skills hat man schon später, glaube ich. Die Karte ist sehr penetrant in der Mitte irgendwie. Aber man kann halt wirklich aktiv zuhauen. Und ich nehme an, wir laufen jetzt hier einfach mal... Ach, guck mal, so ein bisschen rum. Gucken, was der uns hier sagt. Okay. Ah, nee. Okay, und da leuchtet auch schon ein kleines, dezentes Sternchen. Diese Karte ist echt nervig. Kann man die nicht verschieben irgendwie? Warte mal. Karte bla. Aha, okay. Ja, hier unten ist die viel besser aufgehoben. So. Gut. Ich meine, man muss schon sagen... Ich meine, ich spiele jetzt hier nicht unbedingt auf höchster Grafik. Es sieht rein von der Optik schon ganz schick aus. Ne? Also, auch wenn hier gerade ein bisschen viel Kitsch ist mit Regenbogen und Pferden und was weiß ich nicht alles... Ja, bist du hier? Äh, ist es schon nicht schlecht. Hier, du willst mit mir reden. Einnahme der Brücke. Fortsetzen. Gewalt im Wald. Was für ein Wortspiel. Oh, hier kriegt man schicke Stiefel. Okay, auf geht's. Was darf mal kloppen? Ähm. Aha. Irgendwelche Namen, die ich nicht ausspreche. Cool. Die haben so ein schickes Ausrufezeichen. Das heißt, die dürfen wir jetzt einfach mal ganz spontan hier angreifen. Und da gehen wir auch schon ordentlich zur Sache. Wir können hier so ein bisschen rumhüpfen und ausweichen. Dann haut das Vieh immer mal daneben. Das ist natürlich ganz cool. Äh, in anderen Spielen treffen die ja immer automatisch, ne? So, und der... Oh, jetzt, 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 jetzt kriegen wir uns doch was ab. Okay, schade. Gut, da liegt er aber auch schon. Wir mit unserer Riesenklinge hier. Ähm. Da ist der Nächste. Mal gucken, was auf Rechtsklick passiert. Okay, da hüpfen wir einfach nur zu ihm ran. Okay. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, oh, oh. Da kriegen wir auch ordentlich aus dem Maul gerade. Na gut. Ja, den Namen sprach... Ich kann ihn nicht aussprechen. Gil... Gil... Gilidududu. Ich versuch's gar nicht erst. Ja, okay. Es werden mich jetzt bestimmt einige des Besseren bellern, wie genau das ausgesprochen wird. Das ist mir aber relativ egal. Ich meine, wir spielen das Spiel ja nicht als Haupt, sondern ihr sollt dann wirklich nur mal kurz hier reingucken. Und später gibt's bestimmt dann auch eine Open Beta oder so. Ich hab keine Ahnung. Und weiter geht's. Wir metzeln uns hier fröhlich durch den Elbenwald. Und... Wow. Krass. Du bist ja mies. Da hat noch irgendwie ein Critical Hit gelandet. Ja, mit Ausweichen ist hier irgendwie grad noch nicht viel. Wir haben erhalten. Na gut, einen müssen wir noch. Oh, ihr seid ja niedlich. Stopp. Oh, ist ein Schlag und ist aber tot, oder was? Du bist ziemlich mächtig. Ah, du willst auch aufs Maul. Okay. Na klar, ich nehm die hier unten hin. Na gut. Ich bin ja auch schon stark. Stufe 1 ist natürlich... Was will man mehr? Ich glaub, das Level Cap ist bei Stufe 32. Ich seh da die Chancen nicht so hoch, dass wir die heute noch erreichen. Wie ich seh, glaub ich, sind wir grad auf nem englischen Server. Tut aber, glaub ich, nicht so viel zur Sache. Jo, wir haben die Gewalt im Wald abgeschlossen. Und wir rennen einfach mal ganz schnell zurück. Jo, da sprintet jemand anderes los. Was, genau? Wie sieht der so heiß aus? Nein, na gut. Ähm, okay. Ein Stein. So, da müssen wir hin. Und da kriegen wir jetzt gleich irgendwelche Stiefel, glaub ich, waren's. Ihr könnt euren Charakter nicht bewegen. Doch, können wir. Na gut. Jo, was geht ab? Ähm, ähm, ähm. Kann ich hier nicht auswählen. Abschluss. Wow, Level Aufstieg. Auf der Suche nach Antworten, da sind wir doch immer. Ich mein, unser ganzes Leben ist eine Suche nach Antworten. So, i. Na toll, wir haben Stiefel bekommen, die wir nicht tragen könnten, weil die erst für Stufe 3 sind. Na gut. Hey, du hast ein Ausrufezeichen über den Kopf, du bist wichtig. Annehmen, alles annehmen. Wir sind ja hier nicht blöd. Wir gucken mal, wo es weitergeht. Oh, jetzt darf man ja Hörsche klappen. Oh, gut. Also, das ist natürlich Quest-Innovation pur hier. Erst den Waldroden, danach die Tirozen. Töten, so macht man das heutzutage. Das hat man natürlich auch schon besser gesehen, aber naja. Was soll's. Das macht trotzdem Fun, weil einfach die Steuerung sehr cool ist. Also, ich muss sagen, da haben sie sich was einverlassen. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie das dann später bei Bosskämpfen und so werden soll, aber ich denke, das könnte ganz witzig werden. Da hinten ist noch ein Hörsch. Auf geht's, Hörsch. Ich krieg dich. 3, 2, 1, 1. eBay, Schleichwerung. So. Jagd auf die Bestien. Wir töten hier unschuldige Rehe. Das waren alles mal bam. Und wir töten sie. Na gut, okay. Ja, ich laber, scheiße. Ich merke das schon wieder. Okay. Ja gut, bahnbrechender Handschuh. Schauen wir mal, was wir hier bekommen haben. Können wir hier irgendwas... Oh ja, hier. Handeln nicht möglich. Ne, müssen wir auch nicht. Wir haben neue Handschuhe. Guckt euch die an. Guckt euch unsere Handschuhe an. Boah, sehen wir krass aus. Okay. Oh, was war das? Aha. Keine Ahnung, was das war, aber es sah interessant aus. Dürfen wir noch mehr Bäume töten? Auf der Suche nach Antworten. Ach so. Das heißt, erst roden wir den Wald, weil einfach dazu Gewalt drin ist. Und jetzt roden wir ihn nochmal, um Antworten zu finden. Das ist natürlich logisch. Gut. Nee, aber ich finde das Spiel bis jetzt nicht schlecht. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Fünf Bäume töten. Ich meine. Auf geht's. Gibt es eigentlich sowas wie... ...Nachverwerte, die man verteilen kann? Oder Skills, die man lernen kann? Das werden wir dann gleich mal noch herausfinden, nachdem wir diesen Baum hier gekloppt haben. Oh, was war das? Äh, okay. C. C? Nicht C. I. Und ganz ... Das war noch nicht.